Du hast deine Prüfung verloren, was jetzt? Heute gebe ich dir meine Tipps, wie du sofort wieder am Start bist und in der nächsten Prüfung deine Bestleistung abrufen wirst. Willkommen zurück Abitur-Athleten, mein Name ist Leo Ecclen und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traumnotenstück kommst. Wir fokussieren uns hier sehr, sehr viel auf Leistung und Erfolg. Doch zu Erfolg gehört immer auch Misserfolg. Und deswegen kann es einfach mal sein, dass man eine Prüfung verkackt, dass man eine Prüfung verhaut. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß, dass die Abiturprüfungen unglaublich stark gewichtet werden. Und natürlich kann es bedeuten, dass da auch dein Notendurchschnitt einfach 0,1, 0,2, in seltenen Fällen, aber schlechter wird. Es kann sein, es kann absolut sein. Was jetzt einfach wichtig ist, dass wenn du eine Prüfung verhauen hast, dass du dich nicht mehr so lange mit dieser Prüfung beschäftigst, weil sie liegt in der Vergangenheit und du kannst sie eh nicht mehr ändern, sondern jetzt wieder vollen Fokus auf die nächsten Prüfungen legst. Wie schaffen wir das Ganze? Der erste Schritt ist es nicht, ganz wichtig, ist es nicht zu sagen, oh ja, nee, passt schon, ich fokussiere mich einfach auf die nächste. Weil du damit meistens deine Gefühle verdrängen wirst. Wenn du dich wirklich angestrengt hast, wenn du wirklich dafür gelernt hast, und wenn du wirklich eine gute Note in dieser Prüfung haben wolltest, die du jetzt vielleicht verhauen hast, dann bist du vielleicht enttäuscht, dann hast du vielleicht auch Angst, ob es mit deinem Notschild auch wird. Und da sind so viele Gefühle drin, die solltest du im ersten Schritt erstmal alle anerkennen und rauslassen. Das bedeutet, wenn deine Prüfung verhauen hast, entweder sofort nach der Prüfung oder daheim dann oder jetzt, wenn du jetzt gerade dieses Video anschaust, lass es einfach mal raus. Sag deinen Eltern, deiner Familie, dass du gerade nicht gestört werden willst, fahr vielleicht auch zu einem Freund oder einer Freundin, wenn du dich bei der oder ihm gut aufgehoben fühlst. Und lass es einfach raus. Lass es raus in einem Kontext, in einer Umgebung, der du dich wohlfühlst und Schrei, Heul, was auch immer ist. Lass es einfach raus, damit dieser ganze Trubel, der in dir herrscht, rauskommt und du dann nicht mehr diese Gefühle in dir verstaut hast, sondern sie einfach freilässt. Und dann wirst du dich auch gleich wieder viel lockerer, viel positiver, viel entspannter fühlen. Diesen positiven State, in dem du dann nach diesem ganzen rauslassen bist, den musst du dann gleich sofort nutzen und zu sagen, okay, ich habe die Prüfung verhauen, es war jetzt echt scheiße, ich habe jetzt alles rausgelassen, aber jetzt bin ich wieder bereit. Jetzt bin ich wieder bereit. Dann kannst du Motivationsmusik anmachen, dann kannst du dich selber nochmal pushen, kannst du Sport machen, irgendwas wo du sagst, yes man, ich bin wieder ready. Ich bin ein Krieger, ich kann meinen Pfeil abbekommen, aber ich ziehe den raus, ich schrei kurz, weil es weh tut, aber dann mache ich einfach weiter. Und das macht dann eben auch den Abiturathleten aus. Normale Schüler, wenn sie verkacken, denken sie gleich, oh ich kann es nie wieder schaffen, mein ganzes Abitur ist am Arsch. Aber der Abiturathlet sagt sich, nein man, nein man, Misserfolg gehört zu Erfolg dazu, ich habe jetzt vielleicht eine Prüfung verhauen, aber ich fokussiere mich jetzt wieder voll auf die nächsten Prüfungen. Das bedeutet, komm dann wieder in so einen positiven State, wo du wirklich wieder die Motivation hast, vor allem auch, weil du die Prüfung verhauen hast. Für so viele ist eine verhauende Prüfung ein Grund, warum die nächsten Prüfungen nicht gut werden. Wenn nun als Abiturathlet ist für dich aber eine verhauende Prüfung gerade der größte Grund, warum die nächsten Prüfungen geil werden, weil du jetzt noch mehr Motivation hast, weil du jetzt richtig zeigen willst, was du kannst, weil du jetzt trotzdem noch deinen Traumlotschnitt erreichen willst und deswegen wirst du in die Prüfung einfach wieder richtig Gas geben, dann hast du auch wieder diese heftige Motivation am Start. Und wenn du dann wieder diese Motivation hast, dann ist es ganz wichtig noch, dass du dir eine Liste machst. Mach dir eine Liste und diese Liste hat zwei Spalten. Zum einen, was lief in der verhauenen Prüfung gut, kann es ja trotzdem Sachen geben, auch wenn du sie verhauen hast. Und was lief in der verhauenen Prüfung schlecht, beziehungsweise besser formuliert, was möchtest du das nächste Mal anders machen, was möchtest du verbessern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Warum diese zwei Spalten? Zum einen sagst du dir erstmal, hey, es war nicht alles schlecht, ich habe auch viele Dinge gut gemacht. Das ist schon mal wichtig, um dein Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Und die andere Spalte ist dann das, wo du dir erstmal klar wirst, was muss denn überhaupt in anderen Prüfungen, entweder in der Vorbereitung oder am Prüfungstag oder in der Ernährungsweise oder was auch immer, anders laufen, damit die Prüfungen dann geil werden. Das bedeutet, du nimmst, lernst hier erstmal in dieser Spalte und gleichzeitig, wenn du dann realisierst, dass du einfach diese ein, zwei, drei Sachen besser machen musst, um in den nächsten Prüfungen wieder geil zu performen, dann hast du nochmal die dreifache Motivation, weil es nicht nur dieses, ja man, ich will dir wieder Gas geben, sondern du hast konkrete Punkte, wo du weißt, wenn ich die verändere, wird es besser laufen, weil du alles von deinem Erfolg einfach in der Hand hast. Und dann fühlst du dich wieder sowas von ready, dass du einfach durch die restlichen Prüfungen vollkommen durchstarten wirst und so dann wahrscheinlich auch noch deinen Traumnotchritt erreichen kannst. Deswegen, sei jetzt wieder ready, ready to punch, pam, 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 pam. Und gib Gas, fokussiere dich auf die nächste Prüfung, lern vernünftig, mach dir deinen Lernplan, zieh die Sachen durch, plan deinen Prüfungstag, liefer am Prüfungstag ganz konzentriert ab, feier dich danach und dann wirst du wieder die Noten bekommen, die du eigentlich verdient hast. Also, ich wünsche euch das allerbeste, ich wünsche euch euren Traumnotchritt wie immer von ganzem Herzen. Wir beide sehen uns im nächsten Video, euer Leo.